Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Anfang eine freuliche Mitteilung. Bei Coop gibt es jetzt das familienfreundliche Seilbahnabonnement. Sie sparen damit 25% und es ist auf über 1000 Seilbahnen gültig. Fragen Sie einfach in Ihrem Coop-Laden. Aber jetzt ein Wort von Frau zu Frau über die Strumpfhose. Coop bietet gegenwärtig 5 Sorten zu Schlagerpreisen. Aber Achtung, auch die Männer sollten gut aufpassen. Die Namen dieser Strumpfhose sind nämlich unsere 10'000 Franken Wettbewerbsfragen. Also, ganz besonders beliebt sind die Avila Boni. Sie haben einen verstärkten Slip mit Spickel und auch die Fersen. Die Sohle und die Spitze ist verstärkt. Oder die Avila Colette hat ein verstärktes Slip ohne Naht und Stützstrumpfhose. Avila Bell Form, besonders für Frauen, die viel auf den Beinen sind. Bei Coop gibt es eben für jeden Wunsch die richtige Strumpfhose. Die Avila Sibylle hat einen besonders breiten Spickel. Und die Avila Forte ist speziell für die starke Figur. Alle die Strumpfhose-Preisschlager sind auf diesen Plakaten an den Coop-Laden. Speziell für den Winter hat Coop noch eine absolute Neuheit. Die Avila Lana, die erste Feinstrumpfhose mit feiner, wärmender Wulle. Die Avila Lana gibt es in vier Modefarben, in den grössten Coop-Center und in allen Coop-Warenhäusern. Haben Sie sich diese Strumpfhosen-Namen gemerkt? Gut, dann machen Sie mit am 10'000 Franken Wettbewerb. Schicken Sie einfach eine Postkarte bis zum 30. Januar als Coop-Mittwochstudio-Postfach 4099-Basel mit drei Namen der zeigenden Strumpfhosen. Avila Colette. Ja, ja, das ist eine. Aber jetzt zuerst noch Coop-Hit-Aktionen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop acht verschiedene Knorr-Suppen nach Wahl, den Beutel für nur 55 Krabben. Zwei Dosen italienische geschälte Tomaten, Midi, für sage und schreibe nur 95 Krabben. 250 Gramm Bohnenkaffee Exelento ist 50 Krabben günstiger und bei 500 Gramm sparen Sie sogar 90 Krabben. Drei Serbilla an 100 Gramm, vakuumverpackt, gibt es bei Coop jetzt für 1.65 Franken. Und zwei Becher an 180 Gramm Joghurt kosten Natur nur 60 Krabben und mit Früchten nur 90 Krabben. Eine Taube an 265 Gramm Big Mayonnaise gibt es für nur 1.50 Franken. Und vom Big Senf Mild gibt es zwei Tauben an 200 Gramm für nur 1.20 Franken. Als Coop-Hit am Wochenende, also nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es ein sonniges, gesundes Angebot, nämlich die feinen Jaffa-Orange in der praktischen Tragtasche zu dem tiefsten Aktionspreis. Und der aktuelle Preisschlager ist das Tualettenpapier-Hackle-Superflausch. Sechs Rollen an 200 Coupons kosten bei Coop nur 3.90 Franken.